Er sagte, er wollte nur etwas Info geben. Ich bin Muslime. Du bist sowas von unwissend, du hast wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen. Schreibst einen Fehler nach dem anderen, einen riesen Kommentar mit Fehler an Fehler gereiht und hast keine Antwort. Und dann behauptest du, du widerlegst die Challenges. Lieber Muslim, nein. Die Challenges, die werden von den Muslimen nicht beantwortet. Du hast keine einzige beantwortet und auch die anderen beantworten sie nicht, weil sie keine Antwort haben auf die Challenges. Und dann kommt ein Moslem und widerlegt alle Challenges vom Klaus. Ich habe ja dieses Video, das Schweigen der Muslime, wo ich, und auch einen Livestream, also es gibt einen Livestream, ein Video davon, einen Livestream-Ausschnitt sozusagen, wo ich einen Haufen Challenges bringe. Und stellt euch mal vor, wieder der Katschbe Attila, das ist ein echt lustiger Gesellerschein. Ja, jedenfalls, der widerlegt alle meine Challenges. Passt mal auf, wie er es macht. Alle Challenges mit einer Antwort widerlegt. Die Bibel und Tora gehörten den Muslimen. Jetzt frage ich mich und ich zeige dir dann gleich ein paar von den Challenges, wie das auch nur eine Challenge beantwortet. Und dann sagt er weiter, in BC Jahrhundert, 200 BC Jahrhundert, also damit meint er vermutlich 200 vor Jesus, BC heißt, before Christ, vor Jesus, als Christ oder Jude wärst du jemand, der an Allah glaubt. Äh, Moment, vor Jesus wäre ich als Christ, also vor Jesus gab es mal gar keine Christen. Okay, also um jetzt mal deine grundlegenden Fehler schon mal zu zeigen. Und wegen die Griechen und Römern Könige wurde die Bibel und Tora verändert. Oh mein. Ich weiß gar nicht, wo man ja mit den Fehlern anfangen soll. Davon abgesehen, dass die gar nicht verändert wurde, dann guck dir halt die frühesten Handschriften an. Dann guck dir halt die Handschriften an, die eben von 200 vor Christus zum Beispiel stammen, von der Tora. Bibelhandschriften, kleiner Tipp, gab es damals noch gar nicht. Und dann heißt es weiter, die erste Religion war Islam. Und durch Islam haben sich eine Menge Sekten und Religionen gebildet. Zum Beispiel Christentum, Judentum und Buddhismus. Au Backe. Also, dass sich durch den Islam viele Sekten gebildet haben, okay. Aber ich sag mal, Buddhismus gab es wirklich schon früher als den Islam. Das kannst du jetzt nicht noch dem Islam anheften. Also, der Islam hat vieles falsch gemacht, aber nicht nur den Buddhismus. Ein Beweis ist, im Bibel steht mal die Name des Religionen drin. Nicht mal die Name des Religionen drin. Selbst heute noch steht in der Bibel nicht Christentum. Dann gucken wir gleich mal, was da steht oder nicht steht. Noch ein Beweis. Und davon abgesehen, was sagt das über die Challenges, die ich mache, ob da in der Bibel das Wort Christentum steht oder nicht steht. Das ist ein non sequitur, ein logischer Fehlschluss. Es beweist überhaupt nichts. Das ist eine Aussage, die zumal falsch ist, aber die überhaupt nicht beweist, was sie beweisen soll. Und so geht es weiter. Noch ein Beweis, der nicht beweist. In der Bibel wird über den Mohammed gesprochen. Dann, bitte zeig mir wo. In der Bibel steht der Wort Hingabe zu Gott drin, was in Arabisch Muslime bedeutet. Okay, dann gucken wir doch mal. Also erstmal, erstmal, ich frage mich, wie zum Beispiel die Behauptung, dass die Bibel oder das Tora und Evangelium den Muslimen gehören. Wie wird das diese Mohammed-Challenge beantworten? Beweise mir, dass Waraka nicht die Unwahrheit gesagt hat, als er Mohammed beruhigt und ihm das Prophetentum zugesprochen hat. Als dieser Würgegeist von Hira zu ihm gekommen ist und dann sagt der Waraka, ja, ja, das war Dschibreel. Genau wie bei Mose. Aber der Islam sagt, Mose ist Allah erschienen. Also Allah ist dem Mose erschienen. Und das ist übrigens, ich habe jetzt in dem Scharia-Handbuch das erst gestern oder vorgestern oder wann gelesen, dass das ein Muss ist. Das ist etwas, was jeder Muslim glauben muss. Wissen muss und glauben muss, dass dem Mose Allah erschienen ist. Aber der Waraka hat gesagt, dem ist Dschibreel erschienen. Ja, was jetzt? Lügt der Koran oder lügt Waraka? Deine Wahl. Jetzt zeig mir es. Und egal, wie du diese Challenge beantwortest, das endet ganz schlecht für den Islam. Aber nochmal, deine Behauptung, dass die Bibel den Muslimen gehört, wie beantwortet das diese Challenge? So ein Blödsinn. dann weitere Challenges, Trinitäts-Challenge, Logik-Challenge, Gott-Challenge, Gott-Mensch-Challenge, Christen-Challenge. Wie wird irgendeine Challenge da von deiner Behauptung beantwortet? Geht noch weiter. Satan will an Betung. Die Lügen-Challenge an alle Muslime. Dass ich sage, hey, pass mal auf. Es gibt zwei Lehren. Eine davon ist aus der Bibel, eine davon ist aus dem Islam. Und jetzt ordne du, lieber Muslim, mal zu, was kommt von Satan, was kommt von Gott? Die Lehre, anstelle zu schwören, steht, die perfekte Wahrheit zu sagen. Oder die Lehre, Eide zu brechen für Sex und in der Ehe zu lügen. Welche von diesen Challenges kommt von Satan und welche kommt von Gott? Wie wird diese Challenge von dir beantwortet? Mit deinem seltsamen Kommentar. Und das geht noch so weiter. Das Wir-Problem. Wieso steht im Koran, dass Allah die Erschaffer sind? Wir sind die Erschaffer. Wie beantwortet jetzt dein Kommentar das? Gar nicht. Der zerstückelte Koran, diese Challenge oder die Sieben-Achruf-Challenge, die Sechs-Achruf-Challenges und all das, ich meine, was widerlegst du überhaupt? Meine Frage, die ich da noch geschrieben habe, wann genau und wo genau soll denn diese Verfälschung geschehen sein? Was kommt als Antwort? Auf der Erde. Ich meine, da kommt da natürlich nichts. Das sind alles bloße Behauptungen, das sind Dinge, die dir irgendwie und deshalb meine Challenge an dich, die auch was mit dem zu tun hat, was du gerade gesagt hast. Wer war der erste Muslim? Du hast gesagt, dass die Muslime im Prinzip ja schon die Juden und die Christen, die waren eigentlich Muslime, die waren Juden, die waren Christen und im Koran steht tatsächlich, Ibrahim war weder Jude noch Christ, sondern er war Anhänger des rechten Glaubens, einer, der sich Allah ergeben hat, das steht Muslim und gehörte nicht zu den Götzendienern. Also das scheint sich ja zu bestätigen, aber pass mal auf, dann heißt was ganz ähnliches über über Isa. Isa sei auch ein Moslem gewesen und dann kommt Mohammed und sagt, dies ist mir befohlen worden und ich bin der Erste, der ihm ergeben, der erste Moslem. Mohammed sagt, ich bin der erste Moslem. Ja was jetzt? Challenge an dich, wer war der erste Moslem? So wie du es behauptest und wie der Koran es behauptet, dass Abraham schon Moslem war oder dass Mohammed der erste Moslem war. Dein Buch voller Widersprüche ist fast so schlimm wie dein Kommentar. Und dann hast du behauptet, in der Bibel steht Hingabe. Ich habe einfach mal spaßeshalber in Logos, in meine Bibelsoftware das Wort Hingabe eingetippt und habe mal geguckt, wie oft das Wort drin steht und da kam genau ein was, eine Meldung zum Wort Hingabe und du nahmst deine Söhne und deine Töchter, die du mir geboren und opferst sie in ihnen zum Fraß, den falschen Götzen. War es, also da wird gesagt, dass das Volk Israel Kinder geopfert hat, war es zu wenig mit deiner Hurerei, das heißt im Götzendienst, dass du meine Söhne schlachtest und sie hingabst, dass es das einzige Vorkommen von Hingabe, was ich gefunden habe mit der Logos-Suchmaschine, indem du sie für sie durch das Feuer gehen ließest, also indem du die Kinder verbrannt hast. Das ist das, wo Hingabe vorkommt. Wenn du sagst, das ist Islam, kann ich verstehen. Und dann sagst du, Christentum kommt nicht vor. Das Wort Christentum, ich meine, Christentum ist auch ein abstraktes Wort, das kommt so tatsächlich nicht vor. Die Frage ist, kommt das vor, dass die Leute Christen sind? Guck mal doch mal. Da steht dreimal, steht das Wort Christen in der Bibel. Einmal, wo sie zuerst und wann sie zuerst so genannt worden sind, dann, wo Paulus gesagt hat, wo Paulus gesagt worden ist, hey, du überredest mich, dass ich noch Christ wäre und dann, dass Christen leiden werden. Und du sagst, das steht nicht drin. Du hast wirklich so gar keine Ahnung, dass es schon richtig wehtut. Also nochmal die Challenge an dich, wo genau steht Mohammed in der Bibel? Und eine Frage an dich, im Koran steht das Wort Betrüger, Macker drin. Du sagst ja, das Wort Hingabe steht in der Bibel. Und deshalb ist die Bibel, islamisch. Jetzt frage ich dich, im Koran steht das Wort Betrüger, Macker drin. Heißt das, du folgst einem Betrüger? Heißt das, du glaubst an einen Gott, der Betrüger ist? Kleiner Tipp, die Antwort ist laut Koran ja. Glauben sie denn, sicher vor Allahs Ränken zu sein? Dann kommen Muslime und sagen, ja, mit Macker ist nicht Betrüger gemeint, sondern ist sowas wie Planer gemeint. Lest euch jetzt mal diese Stellen durch, und sagt mir, ob jetzt hier ein negatives Wort gemeint ist. Hier wird jetzt mit Ränken übersetzt. Ränke, ein Ränkeschmied ist ein Betrüger, einer, der betrügerische Pläne macht. Aber das ist natürlich versucht, hier mit einem altmodischen Wort, was kaum einer versteht, irgendwie das zu verbergen. Aber Tatsache ist, gemeint ist ein Betrüger. Oder guck mal, ob man jetzt hier ein positives Wort einsetzen könnte, sowas wie Planer in dem positiven Sinn. Glauben sie denn, sicher vor Allahs positiven Planungen zu sein? Wer aber vor Allahs positiven Planungen sicher zu sein, glaubt, nur das Volk derjenigen, die Verlierer sind. Jetzt lesen wir das Ganze nochmal mit Betrug. Glauben sie denn, sicher vor Allahs Betrügereien zu sein? Aber vor Allahs Betrügereien sicher zu sein, glaubt nur das Volk derjenigen, die Verlierer sind. Das ist die korrekte Übersetzung von Marker. Ich könnte es auch noch mit Lanes Dictionary belegen, also dem, dem, ja, weltweit wahrscheinlich anerkanntesten arabischen Lexikon. Das bestätigt das, dass es Betrüger heißt. Aber das habe ich jetzt mal nicht mit reingenommen. Und wenn du wissen willst, wie das noch gemeint ist, oder wie, wenn du wissen willst, wie sich dieses auswirkt, vor Allahs Renken, vor Allahs Betrügereien nicht sicher zu sein, das sagt der Abu Bakr, einer von denen, die versprochen bekommen haben von Mohammed. Du kommst in den, ins Paradies. Du kommst ins Paradies. Und was sagt der Abu Bakr? Bei Allah. Ich wäre mir nicht sicher und würde mich vor der Täuschung Allahs sicher fühlen. Selbst wenn, also nicht vor der Täuschung Allahs, sicher fühlen. Selbst wenn ich einen Fuß im Paradies hätte. Also er hat versprochen gekriegt, du kommst ins Paradies. Und er sagt, das glaube ich nicht. Selbst wenn ich mit einem Fuß im Paradies bin, ich weiß, Allah ist ein, Planer, ist ein Betrüger. Und er hat mir es zwar versprochen, aber ich glaube es nicht, selbst wenn ich mit einem Fuß im Paradies bin, ich glaube es noch nicht. Das ist dein Allah, dem du folgst. Das ist dein Allah, dem du folgst. Und ich zeige dir mal, wem ich folge. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Das sagt Jesus. Ich folge dem, der die Wahrheit ist, nicht dem, der ein Betrüger ist. Und ich lade dich, Entschuldigung, ich lade dich sehr herzlich dazu ein, dass du auch dem nachfolgst, der die Wahrheit ist und der der Weg ist zu Gott. der dich sicher ins Paradies bringt. Aber nicht in das Lustparadies des Islam, sondern in die Gegenwart Gottes, von der Offenbarung 21 uns berichtet.